so heute habe ich hier die speedy von nico die sind etwas älter ja so sagen wir gibt es in gelb blau rot und grün hier ist der importeur nico herstellen das ylh also yu long hong brutto durch 20 gramm ich mach den mal auf wenn immer mit tesafilmen zugemacht sind ist eigentlich immer blöd die aufzukriegen direkt man muss nur meckern so sehen sie aus wie gesagt zwei in grün zwei in blau zwei in rot ne warte mal kurz doch richtig ist alles gut ja dann würde ich sagen zünde ich die jetzt und viel spaß dabei so dann geht es los mit den etwas älteren speedys von nico fangen wir einfach mal an mit den grünen einer im stehen einer im liegen sehr kurz aber auch schön vor dem liegen abgehoben sehr geil und die roten wieder stehen und liegen aber obwohl die brennen auch so kurz das haben die paar Boah. Liegt natürlich wärm. So, wir können was. Bis zum Schluss die blauen. Also, ne, wir stehen natürlich. Na. Wenn wir stehen will. Da war ich nicht so ganz so viel Power hinter. Gut, aber wir sind nicht so in blau. Bis zum letzten blauen liegen. Da war wohl ein ganzer Felder. Manchmal blaue dabei. Na ja, gut. Dann war's das wieder mit dem nächsten Video. Mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal.